Was tun, wenn man in seinen Lehrer verliebt ist? Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Darius Kamadeva. Ich bin schon ganz lange Flirt- und Dating-Coach und vor kurzem habe ich diese Frage bekommen. Was soll ich tun? Ich bin in meinen Lehrer verliebt. Darius, kannst du mir helfen, was ich tun kann? Also ganz ehrlich so, wenn du sagst, du bist in deinen Lehrer verliebt, dann bedeutet das, dass du noch relativ jung bist. Sonst würdest du keinen Lehrer mehr haben. Das heißt, es könnte jetzt natürlich sein, dass du so irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 12 und, wie lange ist man beim Abitur, 18, 19, sowas um den Dreh ist. Das Problem ist, dass dein Lehrer unglaublich viel älter als du ist. Wahrscheinlich nicht unbedingt viel, viel älter. Es könnte auch ein Referendariat sein, aber der wäre dann mindestens mal 26, 27, also wahrscheinlich so rund 10 Jahre älter als du. Und das ist einfach unglaublich schwierig, denn es ist nicht erlaubt. Es ist einfach nicht erlaubt. Ein Lehrer darf nichts mit dir anfangen. Wenn er das macht, dann riskiert er seinen Job, seine Reputation. Er riskiert einen Großteil seines zukünftigen Lebens, nur weil er das gemacht hat. Und natürlich kann ich nachvollziehen, dass irgendwie Lehrer so manchmal echt coole Typen sind oder coole Mädels sind und irgendwie auch gut aussehen, ein bisschen älter sind, erfahrener sind und dass die Jungs oder Mädels, die im eigenen Alter sind, so jetzt in deinem Alter wahrscheinlich, dass sie ja nicht ganz so spannend sind. Wenn wir mal ehrlich sind, die meisten 14, 15, 16-jährigen Typen oder Mädels sind Bananen. Also nicht alle, aber viele. Ich meine, das sind Kinder. Und das ist auch okay. Das ist nicht mal schlimm. Genau darum geht es ja in diesem Alter. In diesem Alter ist es gerade so dieser Zwischenstift zwischen dem Kindsein und dem Erwachsenensein, also als Jugendlicher. Und da macht man eben dumme Sachen. Da erzählt man dumme Witze, man hat seltsame Frisuren. Das hatte ich ganz genauso. Das Ding ist bloß, dass diese Phase irgendwann vorbei ist. Und irgendwann wirst du dich weiterentwickeln müssen. Und um dich weiterzuentwickeln, musst du halt gewisse Erfahrungen machen. Und diese Erfahrungen solltest du nicht mit deinem Lehrer machen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Dein Lehrer ist nicht die richtige Person dafür. Und deswegen kann ich dir und möchte ich und werde ich dir auch keine Tipps dazu geben, wie du deinen Lehrer verliebt in dich machst oder sowas. Wenn du mich gefragt hättest, hey, ich bin Studentin und ich will meinen Prof verliebt in mich machen, hätte ich dir genau dasselbe erzählt. Ich hätte dir gesagt, hey, guck mal, das ist einfach unfair. Weißt du, das ist unfair dir selbst gegenüber zum einen, weil so eine Beziehung immer sehr, sehr viele Probleme mit sich bringt und schon von Anfang an auf sehr, sehr wackeligen Füßen steht. Und zum anderen ist es auch sehr, sehr unfair der anderen Person gegenüber. Egal, ob es jetzt ein Lehrer oder eine Lehrerin ist. Ganz einfach, weil diese Person dadurch wirklich einen massiven Schaden davon tragen kann. Also einen wirtschaftlichen Schaden, einen strafrechtlichen Schaden, einen Schaden an Reputation, aber auch ganz viel emotionale Sachen, die da noch mit hinten dran hängen. Und ich würde dir einfach davon abraten, mach es einfach nicht. Es ist einfach eine dumme Geschichte. Ich weiß, du fühlst dich jetzt wahrscheinlich so, als ob das der Mann oder die Frau deiner Träube wäre und so. Ist auch cool, so kann ich verstehen. Genieß das Gefühl, aber sei dir bewusst, dass das Gefühl vorbeigeht. Du bist noch jung, ich bin auch noch jung, auch wenn ich wahrscheinlich zehn Jahre älter als du bin, bin ich immer noch unglaublich jung. Und wir werden noch ganz, ganz viele Menschen in unserem Leben kennenlernen können. Und du wirst noch ganz, ganz viele Menschen kennenlernen können. Und sicherlich ist da der oder die Richtige dabei, der deutlich besser für dich passt als dein Lehrer oder deine Lehrerin. So, ich will dir jetzt auch nicht irgendwie den Mut nehmen oder was auch immer so. Du bist auf jeden Fall ein autarkes Wesen. Du kannst machen, was du willst. Ich kann dir nicht vorschreiben, was du tun sollst. Will ich auch gar nicht. Ist gar nicht mein Aufgabengebiet. Und nichtsdestotrotz hast du mich nach meiner Meinung gefragt. Deswegen wollte ich so ehrlich und fair sein, dir meine ehrliche Meinung zu sagen. Und die ist halt einfach, mach's nicht. So, es bringt einfach nicht viel. So, es ist, selbst wenn dein Lehrer der heißeste Typ der Welt ist oder das heißeste Mädel der Welt ist, so, es ist einfach blöd. So, es bringt nichts. Es gibt Lehrer in Amerika, die sind dafür ins Gefängnis gegangen. Es gibt Lehrer in Deutschland, viele, viele Lehrer, die haben deswegen ihren Job verloren. Auch Lehrerinnen. Und das ist es einfach nicht wert. So, es ist einfach zu kompliziert. Ähm, falls du aber ganz normale Männer oder ganz normale Frauen kennenlernen willst, die jetzt vielleicht nicht deine Lehrer sind oder die vielleicht Lehrer an anderen Schulen sind oder Professoren an anderen Schulen sind, an anderen Universitäten, dann ist es eine andere Baustelle. Kannst du machen. Dafür am besten meinen Kanal abonnieren und mir die anderen Videos angucken. Wobei, das mit Lehrern ist halt immer so eine Sache. So, es kommt drauf an, wie groß der Altersunterschied ist. So, wenn du jetzt 14 bist und der ist 40, so, dann passt das einfach nicht. So, das ist nicht in Ordnung. Wenn du jetzt allerdings 18 bist und er ist 24 und er ist Referendar an einer anderen Schule. Wenn du Spaß dran hast, mach das. Ähm, in diesem Sinne, schreib mir in die Kommentare rein, was du davon hältst, was du noch für Fragen hast und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin. Alles Gute.